Ersten Durchgangs auch ganz kurz mal. Giovanni Bresadola legt los in diesem zweiten Durchgang, in dem wir acht deutsche Starter sehen werden, in dem wir am Ende Ryuyo Kobayashi als Führende nach dem ersten Durchgang sehen werden. Ein paar Minuten davor Andreas Wellinger, der anderthalb Meter hinter dem Japaner hier liegt. Das ist Bresadola mit seinem typischen Flug auf Flugchanzen ausgerichteten Stil. Guter Sprung und endlich mal auch ein guter Wettbewerb insgesamt von ihm. Das hat er nicht so oft. 133,5 Meter. Ja, da ziehe ich jetzt ehrlicherweise den Hut, weil man sieht es zwar an der Kompensation nicht zu 100 Prozent, aber der Pfeil am Schanzentisch, der war bei ihm zwischenzeitlich auf vier Meter Rückenwind. Und ja, er macht dann eine schöne Kapsel nach dem Schanzentisch und macht gute Spannung, aber das musst du dann auch erst mal ausgleichen. Sie können den Wind wieder indirekt mitlesen im Moment. 8,6 Punkte stand da unten rechts, da ist das immer eingeblendet. Daran kann man erkennen, wie viel Rückenwind in diesem Fall ungefähr gewesen ist. Wären es Minuspunkte, wäre es Aufwind gewesen. Daniel André-Tander auch im zweiten Durchgang, immerhin das mit einem schwächeren Sprung. Darf er noch mal ran. Da muss auch wieder gleich die Arme zur Hilfe nehmen beim Balanceakt nach dem Schanzentisch. Die Miene bei Magnus Lindvik sagt, die Norweger heute auch wieder ziemlich schwach. Nur der Lindvik ist unter den Top Ten nach dem ersten Durchgang. 131 Meter kleine Steigen. Diese Phase hier, die ist ganz sensibel. Man sieht, dass die Skienden sich so berühren und dann gehen ihm die Spitzen weit vorne raus. Und das ist nicht die Position, wo du gefühlt die Luft unter dir einfangen kannst und dir einen Polster entwickeln kannst. Dann hat er schon wieder, auch er bei der Landung, auf dieser Attenkiste seine Mühe, stehen zu bleiben. Die Punktabzüge sind entsprechend. Rissadola vor Tandem. Die Schweizer Fahne in der Hand des Norweger Soudine Veltar, den haben sie sich als Trainer zugelegt im letzten Jahr, um flugtechnischer Vordermann zu kommen. Rissadola zum Remo Imhoff. Klasse Ergebnis für den kleinen Schweizer, der noch neu in der Mannschaft ist im letzten Jahr als dazugestoßen. Auch der kommt jetzt gut zurecht. Dieses bisschen mehr Anlauf vielleicht. Das könnte es sein. Ein paar Zehntel mehr, KMH. 131 Meter auf der E. Ja, und jetzt müssen wir wirklich aufpassen in dem Durchgang. Macht einen schönen Sprung. Könnte dann, das ist ja eher ein Trainer. Trainer nicht ganz zufrieden. Vielleicht auch, weil er hier die Skien ein bisschen sehr aufkantet. Wir sehen viel vom Belagern der Seite. Das ist eigentlich nicht so toll. Der sollte ihn ein bisschen besser in den Wind stellen, aber man muss auch generell sagen, es wird einfach gerade echt turbulent. Also es ist zwar nicht wahnsinnig viel Wind, aber er wechselt sehr schnell. Ja, das sieht man an den acht Messstellen, die wir hier auf einem Monitor zur Verfügung haben. Da können wir das mal sehen, in welche Richtung die Pfeile sich bewegen. Acht Windmesser gibt es. Links und rechts der Flugbahn jetzt auch bei KMH. Doch ein Mittelwert ist errechtet. Sie können auch immer über dem Namen sehen, wo der in der Vierschanzentournee liegt. In seinem Fall Platz 21. Mit der Punktzahl daneben. Der Abstand zum Führenden. Andreas Wellinger. Also langsam habe ich den Eindruck, werden seine Flügel ein bisschen stabiler. Aber normalerweise ist er der Stilist bei der Landung, der auch jetzt hier mal kurz wackeln muss. 133 Meter. Satte Weiten jetzt schon. Ja, das auf alle Fälle. Und gut, da kam es zwar nie der Schnellste, aber wenn wir uns mal noch halbes KMH vielleicht ein bisschen mehr dazu denken, dann wäre er von der Weite auch nochmal ein Stück woanders. Und dann würde es ihm auch nochmal ein bisschen leichter von der Hand gehen, weil technisch ist es nicht wahnsinnig weit weg bei ihm, weil es sieht nicht groß anders aus als in der Vergangenheit. Ein bisschen hier in der Verbindung zum Ski hat er gerade am Anfang der Saison große Probleme gehabt. Auch das wird besser. Es wird schon gearbeitet bei den Polen, so ist es nicht. Nur noch 1,3 Windbonus bei ihm. Da haben sich die Bedingungen wieder ein bisschen geendet. So. Ryukubayashi hat sich ran gerobbt an Andreas Wellinger in der Gesamtwettung. Nur noch ein halber Meter trennt die beiden. Das wird sich so gar nicht verbutet, nachdem er gestern ja so locker aufgetreten war, der Japaner einen Trainingsdurchgang ausgelassen. Hatte man sich fast vor, als hätte er ein bisschen gegambelt. Das ist Alexander Deschaux, der als einziger im polnischen Team, was die Anlaufgeschwindigkeit angeht, richtig aufgeholt hat. 133 Meter auch für ihn. Gut abgesprungen hier, ne? Ja, ein bisschen unrhythmisch. Aber wie gesagt, er hat ein bisschen Vorteile in der Geschwindigkeit. Und das hier fängt schön die Luft auf mit dem ganzen Oberkörper. Mit den Händen versucht er auch noch den letzten Rest zu holen. Kleine Schwäche bei der Landung, aber... Wir haben auf jeden Fall Bedarf, mal gute Ergebnisse zu erzielen. Ist ja auch ein ziemlich altes Team. Aber sie sind genauso erfolglos zurzeit wie alternativlos. Da gibt's keine Jüngeren, die sie ersetzen könnten. So. Ohne weiteres. Presadula in einer ungewohnten Position als Führender zurzeit in diesem Durchgang. Ja, auch aus Norwegen sind viele Familienmitglieder natürlich angereist. Johann André-Vorskang, 50 Punkte Rückstand zurzeit in der Tournee-Gesamtwertung auf den Führenden. Und auch der macht einen im Prinzip ganz sauberen Sprung, der aber nicht so sehr guckensvoll daherkommt. Und das ist echt bitter. Also das ist wirklich bitter zuzusehen, weil es technisch vollkommen okay ist. Schüttelt auch den Kopf. War jetzt hier tatsächlich auch noch minimal besser von der Skiführung. Also das hat er vielleicht, also wahrscheinlich eher vom Trainer als von mir gehört. Aber er ist halt wirklich einfach zu langsam. Ja, nicht anfassen. Nicht anfassen. Streicheln geht. Wer weiß. Ich weiß nicht, ob es die Regel gibt, dass es dann Unglück bringt. Dass man ihn dann nie gewinnt. Das kann ich auch nicht beantworten. Ich hab ihn auch nie gewonnen. So wie du. Der nächste. Der ist Felix Hoffmann. Der jetzt den Reigen der achtköpfigen Mannschaft des DSV eröffnet. Ronny Hornschuh winkt ihn ab. Der hat ihn entdeckt. Früher mal. Er hat ihn gelegentlich aus der Kita abgeholt. Und hat auch dafür gesorgt, dass er seinen ursprünglichen Sportlerwunsch, nämlich Ringer zu werden, zur Seite gelegt hat. Der hat jetzt Mühe nochmal richtig mitzuhalten mit seinem eigenen ersten Sprung. Hat er auch Mühe mit dem Wind gehabt? Ich glaube schon. 125 einmal im Meter. Und Felix Hoffmann. Ja, es war ein bisschen ungleichmäßig. Und dann ist es Doppelbitter, weil er aber auch noch Abzug bekommt, weil es von der Windrichtung nicht so schlecht gewesen wäre. Dann gucken wir jetzt jetzt hier mal. Er bekommt den Ski relativ schnell zum Körper. Dann reagiert er darauf. Und dann geht er einseitig wieder weg. Der rechte Ski bleibt trotzdem weit am Körper. Der linke klappt weg und dann verdreht ziehen. Und das ist dann eine Position, wo du als Sportler eigentlich nur noch irgendwie am Halten bist und am Kontrollieren und am Ausgleichen, aber nichts mehr aktiv machst, um auf Weite zu kommen. Die Augen verdreht, das sagt alles. Er war schon mal Sportler des Jahres, Felix Hoffmann, in seiner Heimat in Suhl vor ein paar Jahren. Und hat ja auch im letzten Winter ziemlich gute Sprünge gezeigt. Beim Skifliegen war er auch mal dabei. 235 Meter weit gekommen. Also der kann das in der Luft. So wie Alex Wellinger das hier vorgeführt hat. Vorhin und gestern auch. Der zurzeit wirklich bewirkt, als würde er alle Schanzen gut beherrschen. Piotr Juba noch ein Pole. Nicht schlecht. Bis auf die Landung auch in dem Fall. Also wir werden dieses Problem, oder wir nicht, die Springer werden dieses Problem nicht los. Die eisige Piste. Kann das vielleicht sogar später nochmal? Bitte nicht. Das lassen wir weg. Das lassen wir weg. 137,5 Meter. Bei Piotr Juba sah es jedenfalls nicht gut aus. Und wenn man dann Punktrichter ist, dann drückt man auf die entsprechenden Tasten. Und zieht Punkte ab. Gleich jetzt, wenn man das hier sieht. 1, 2, 3 Punkte weg. Mal 3. Sind 8, 9, 10. Aber dass er sich noch hält, ist ja auch wieder der Leistung. Er kann auch noch drüber lachen. Den Sprung muss er aber trotzdem mitnehmen, weil der anders war. Natürlich hat er jetzt auch ganz ordentliche Bedingungen gehabt. Aber der Sprung war von der Position in der Anfahrt, über den Absprung war anders. Und jetzt kam man mal wirklich mit Höhe in den Flug. Das, was ihm eigentlich die ganze Saison fehlt. Weil geschwindigkeitstechnisch hat auch er ein Defizit. Und damit 137,5 Meter zu springen, ist echt was wert. Also, er wäre vorne, wenn die Landung besser geklappt hätte. So ist er auf Platz 3. Vresadola. Italien. Immer noch vorne. Da gibt es noch ein paar Tipps für Stefan Kraft. Aber sie sind noch nicht am Ende. Italienisch. Die Italiener. Alex Insam. Nämlich kommt auch noch mal. Besser. Der ist auch dabei mit seinem Mannschaftskollegen. Also das wird eines der besten Mannschaftsresultate. Das werden sicherlich die Statistiker irgendwann mal rausfinden. Vielleicht wieder seit den 60er Jahren bei der Tournee. Weiß ich nicht so genau. 129 Meter. Diese Veranstaltungsserie wird er ohnehin begleitet von einer gewissen Statistikeritis. In vielen Bereichen. Da fängt man alle möglichen Zahlen aus. Absprung jetzt deutlich besser erwischt. Wird sich vielleicht ein kleines bisschen ärgert über seinen ersten Sprung. Trotzdem Finale erreicht. Macht gute Punkte. Wird nicht ganz an die Spitze gehen. Aber wird sich ganz gut positionieren. Und auch der Trainer ist zufrieden. Also ein guter Tag. Auf jeden Fall. Tolles Ergebnis für Italia. Die, die als Skispringer in ihrem Land kaum beachtet finden. Aber wer was aufs Skispringen hält, der weiß, wer ist. Oh, sie steht schon wieder länger vor dem Aufzug. Das Ding wird doch nicht wieder stehen bleiben. Nee, nee. Auch in dem Fall, sagen wir mal, lieber nicht. Das ist eine kleine Überraschung aus Finnland. Kasperi Valto. Hier auf dem Platz im zweiten Durchgang. Sitzt er da. Das ist wirklich erstaunlich. Großes Talent. Lauri Hakola, da sein Trainer, sagt, den müssen wir langsam aufbauen. Und schon wieder fasst sich Severin Freund an den Kopf. Nein, weil das kann, das, ja, bei ihm geht es nicht um die Gesamtwertung. Aber da kann man trotzdem nicht Grün geben. Denn er hat sehr viel Rückenwind jetzt. Wird gleich zerstört, der Sprung da oben. Jürgen, der macht ja eh noch super viel draus. Aber das, wie gesagt, das kann ich nicht nachvollziehen, warum man bei drei Meter Rückenwind am Schanzentisch freigeben muss. Wenn man weiß, dass es relativ schnell wechselt und wenn man weiß, dass es sich wieder beruhigen wird. Und man hat jetzt hier in der Position, er muss sofort mit dem Arm eingreifen. Ja, er ist ein Sportler, der sowieso den Ski schnell zum Körper bekommt. Deswegen kann er es auch kompensieren. Aber das ist trotzdem einfach unnötig. Ich glaube, 132 Meter sind immer noch gut. Ich glaube, das liegt daran, dass Kasper Di Valtu noch keinen so großen Namen hat. So muss man es dann leider sehen. Wir haben ein Interview bei Andreas Götten ist es, glaube ich. Ah, wir wollen noch das Ergebnis abwarten. Das gleiche bei Giovanni Briss. Oh, jetzt ist er schon wieder dran. Ist er aber schon mit zwei Händen dran. Sehr gut, gute Leistungen vom Italiener, der da führt. Felix Hoffmann ist auf Platz 10 und der ist jetzt zum Gespräch bereit. Bitte, Andreas. Ja, er ist gekommen, Felix Hoffmann beim Neujahrsspringen dabei. Jetzt 129,5, 125,5 Meter. Wie haben Sie Ihre Performance und auch die Atmosphäre mit 21.000 erlebt? Also Atmosphäre hier, Garmisch, auf jeden Fall ziemlich cool. Performance heute nicht ganz so, wie ich es gestern geschafft habe. Ich glaube, es war ein bisschen locker zu bleiben, weil heute ein bisschen mehr Anspannung und gerade der Zweite war schade. Da wäre es, glaube ich, ganz gut gegangen. Andreas Wellinger liegt hier heute auf Platz 4. Packt er das? Gewinnt er wieder das Neujahrsspringen? Das sind 2,1 Punkte. Ich denke, die Chance hat er im Griff. Wenn alles so läuft, dann denke ich schon, dass er vorne dabei ist. Ich hoffe, dass der Experte recht hat. Danke. So, bevor es gleich hier in die zweite Zehnergruppe geht, noch mal ein Blick auf diese Schanze, die jetzt ein bisschen mehr im Wind zu stehen scheint. Aus unterschiedlichen Richtungen leider. Man sieht ja das Windnetz, aber man muss halt leider dazu sagen, so ein Windnetz, dass du den kompletten Vorbau abgeschirmt bekommen würdest, das kannst du hier gar nicht hinstellen, weil der ganze Vorbau doch relativ ausgesetzt ist. Ja, aber der Ausdruck geht doch. Na, oder wieder. Das wissen wir jetzt nicht. Oh ja. Hat sich der Kraft die Kraft gekreuzigt? Ja, so ist das. Ja, ja. So, aber jetzt, in diesem turbulenteren Wind, kommen jetzt leider ein paar deutsche Starter zum Einsatz. Martin Hamann wäre der nächste Tag, Philipp Reimund, dann Konstantin Schmid, alle direkt hintereinander. Aber es gibt jetzt eine Pause, denn der Rückenwind nimmt jetzt so zu, dass auf unserem Monitor das alles rot markiert ist. Und dann wissen wir, wie im Straßenverkehr, Stopp. Ja, und einfach nur die Bitte an die Jury von dieser Seite, Geduld haben, nicht vorschnell handeln. Wir haben hier ein Flutlicht in Garmisch-Partenkirchen. Es gibt Zeit. Jeder Sportler sollte faire Bedingungen vorfinden, so gut sie fair sein können. Alles kann man nicht in der Hand haben, aber man kann Sachen vermeiden. Wir hören ja gelegentlich den Funk zwischen den Verantwortlichen da. Die hören unseren Funk leider nicht. Deshalb wird dieser Appell wahrscheinlich im Äther irgendwo sich verlieren. Jedenfalls, was die Ohren von Bodexedlak und Sandro Pertile angeht. Aber vielleicht sagt es Ihnen irgendjemand. Da sehen wir einen Teil der dreiköpfigen Jury. Das ist der Mann im Hintergrund, das ist Jelko Groß aus Slowenien. Das ist Sandro Pertile, den kennen wir schon. Italiener, seit einigen Jahren im Amt, hatte das Pech gleich zur Corona-Zeit diesen Posten zu übernehmen, was ihm schlaflose Nächte beschert hat. Das ist Ryo Yoko Bayashi, der scheinbar keine schlaflose Nacht zu Silvester verbracht hat. Und der ist Wellinger, schaut ihm mal über die Schulter. Dann haben wir dich doch gewöhnt. Wir wollen ein bisschen warten, sagt Bodexedlak. Ein paar Minuten sogar, hat er glaube ich gesagt. Eine Weile. Er hofft, dass es wieder nach unten geht mit den Windgeschwindigkeiten. Wind-Situation, aber wir hoffen, dass alles gut geht. Danke schön. Ja, bei Martin Hamann ist es schon losgegangen. So kann es gehen. Und er hatte jetzt natürlich auch die ungünstigste Position, weil er schon bereit war zum Start. 127,5 Meter in diesen engen Schuhen und so weiter, das kennen wir ja alles. Und wird nicht lustig gewesen sein. Ja, und dann hat er eine Pause. Dann muss er schnell wieder ran, weil sie sagen, jetzt geht's. Das wird dann schon stressig, aber er hat seine Fehler noch drin im Sprung, aber es ist trotzdem für ihn auch ein Schritt nach vorne. Macht einen anständigen Wettkampf. Und den Turnaround nach schwereren Wochen vielleicht hier eingeleitet. Und Giovanni Bressadola bleibt beim Neujahrsspringen weiter in Führung. Und wir kommen schon gleich in die Nähe der Hälfte dieses Finaldurchgangs. Philipp Reimond hat viel Boden verloren, leider auch in der Gesamtwertung. Nicht nur heute eine Tageswertung. Als 13. ist er im Moment verbucht mit 41,4 Punkten Rückstand. Über dem Namen immer mit zu verfolgen. Die aktuelle Position da, das wird in Wurmen. Vor allen Dingen, weil er es ja drauf hat, aber es muss auch eher warten. Der Aufwind ist jetzt da. Guck mal da, völlig anderes Bild, es hat gedreht. Der hat jetzt einen Riesenvorteil. Ja, zumindest unten, wenn er oben durchkommen würde. Das ist dann immer so die Frage. Oben tickt übrigens die Uhr in diesem gelben Feld bis 60. Das ist die maximale Wartezeit. Und wenn die vorbei ist, wird es wieder rot und er muss runter. Und was jetzt auch gleich der Fall ist. So. Gut. Zurück. Wo guckt man da eigentlich hin? Auf die Anzeige, die man vor sich hat, oder auf den Träger? Auch unterschiedlich, je nach Springer. Ich habe es eigentlich vermieden, dass ich auf die Ampel gucke. Ich habe die Ampel nur dafür genutzt, dass ich wusste, wann ich auf den Balken gehen darf. Aber dann eigentlich nur noch Trainer. Weil theoretisch kann es dir ja auch passieren, dass die Ampel auf grün schaltet. Der Trainer aber trotzdem sagt, Sicherheit, meine Sportlers geht vor. Und ich gebe da nicht frei. Und dann wäre mir die Meinung des Trainers wichtiger als die Meinung der Ampel. Kann aber auch in die Hose gehen, wie Alex Insam kürzlich mal. Da hat der Trainer zu früh gewinkt. Er ist zu früh gestartet und wurde disqualifiziert. Das passiert sicherlich einem so erfahren. Meistertrainer wie Stefan Holger und nicht. Jetzt läuft die Uhr wieder hoch für Philipp Raimund. Zweiter Versuch. Volle Konzentration. Es ist das Neujahrsspringen 2024. Es ist nicht irgendein Feld-, Wald- und Wiesen-Wettbewerb. Es ist wichtig. Auch auf den hinteren Plätzen. 136 Meter für die Führung, für Raimund. Besserer Spunkt diesmal, bessere Höhe. Und dann hat er es tatsächlich in der Nähe der zweiten roten Linie. 142 Meter hingesetzt. Großartig. Und es besser gelandet. 139 Meter werden gemessen. Ja, war jetzt ganz schön zu springen. Relativ turbulent vor ihm. Dann hat es sich beruhigt. Hat er grün bekommen. Und es hat auch zum Glück angehalten. Nämlich wieder gewechselt. Und dann hier die Phase ist ganz entscheidend, dass er da sicher ins System kommt. Und dass er dann den Druck unter den Schienen spürt. Funktioniert hier super. Und dann kann er auch toll fliegen. Ja. Vorhin die Punkteeinbuße beim Landefehler. Da hat er nur 46 Haltbruchsknotenpunkte von 60 möglichen bekommen. Diesmal werden es deutlich mehr. Da kann man spekulieren, was gewesen wäre, wenn er im ersten anständige Landung macht. Dann wird es wahrscheinlich ein Top-Ergebnis. Kann man sogar ausrechnen. Kann man nicht nur spekulieren. Naja, er hätte dann natürlich auch zu einem anderen Zeitpunkt springen müssen. Aber er führt jetzt mal erst und hat 139 Meter hingelegt. Das ist bisher die Bestweite im zweiten Durchgang. Und so viele in dieser Gegend waren es im ersten dann auch nicht. Also das war top. Löst den Italiener an der Spitze ab. Aber der nächste kommt gleich auf dem Fuße. Nämlich Konstantin Schmid. Jetzt wird der Anlauf reduziert. Dann gibt es wieder 3,8 Punkte Bonus. Weil jetzt die niedrige Geschwindigkeit einen Nachteil bedeuten müsste. Es sei denn, man kann den guten Wind jetzt nutzen. Wie Konstantin Schmid. Bisschen schlecht auf der Luft geflogen. Bisschen hinterher. Bisschen hinterher. Das ist bei ihm, wenn die Wettkampfspannung dazukommt, gerne ein Problem, dass er das Lockere aus dem Training, wo er schneller verbinden kann, wo er schneller in die Flugposition kommt, ein bisschen verliert. Und gerne hier ein bisschen näher zur Kante hinfährt. Dann wird die Zeit knapp. Es geht auch ein bisschen was ins Leere. Und dann muss er erst noch ein bisschen aufholen. Und wenn dann der Druck unterm Ski kommt, dann wird es natürlich schwierig. Und dann hast du nicht mehr so wahnsinnig viele Optionen, außer relativ breit zu werden, um Vorlage zu generieren. Der Bundestrainer hat ihn vor ein, zwei Jahren mal als Zukunftsspringer bezeichnet, den Konstantin Schmid. In die Zukunft müsste er wieder zurückfinden. Ja, weil er wahnsinnig viel Potenzial hat. Hat ja in Peking die Olympia-Branche mitgewonnen. Das ist der Zweiter. Hinter Raimund, der mit seinem großartigen 139er in Führung liegt in diesem zweiten Durchgang des Neujahrsspringens 2024. Indem wir warten aufs Ende, auf Kobayashi, auf Wellinger. Wie geht das aus? Jetzt erst noch Daniel Schofenig. Seine Hoffnungen auf vordere Platzierungen musste er zuletzt immer wieder mal begraben. Auch heute wieder. Es läuft einfach nichts von dem zusammen, was vor der Saison so brillant funktioniert hat. Absprungflug und alles, was sonst noch dazu gehört. 131. Hier, das ist alles okay. Und dann in der Phase, man hat das Gefühl, er will unbedingt ganz weit runter springen. Was ja nicht schlecht ist. Ja, das natürlich. Aber er drückt sehr mit den Schultern auf den Ski. Und da einfach sich Zeit zu lassen. Vielleicht hat er das Gefühl, er muss in der Luft was machen, damit er irgendwie weiter vorwärts kommt. Aber eigentlich wäre genau die andere Variante lockerer. Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr in seinem Fall sich treiben lassen. Und guckt mal da, den Schofenig lässt der Schmied hinter sich. Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis. Philipp Reimund führt weiterhin. Hallo, weiter geht's. In dieser Phase des zweiten Durchgangs im Mittelteil in etwa noch so 10, 15 Minuten. Dann mussten wir wissen, wer der Neujahrssieger werden könnte. Wenn der Wind nicht für weitere Unterbrechungen. So, das ist Ren Nikaido. Auch eine starke Platzierung für ihn am heutigen Tag. Hinter Ryuyo Kobayashi. Besser, der zweite nennenswerte Japaner in diesem Finale. Ja, er kämpft sich rein. Und Stefan Leil kommt ja auch noch. 133 Meter für Nikaido. Wir haben ja aus dem Sommer Grand Prix von ihm wirklich schon tolle Sprünge gesehen. Im Winter letztes Jahr noch nicht so ganz bestätigen können. Von heuer Anfang der Saison auch noch nicht direkt. Aber er kämpft sich wirklich rein. Und die Flugposition ist sowieso sehr stark bei ihm. Aber auch der Absprung immer besser. Und auch da muss man jetzt sagen, der schnellste in der Anlaufspur ist er leider nicht. Aber er macht viel daraus. Wird Philipp Reimund nicht gefährden. Auch Konstantin Schmid nicht. Auch Daniel Schofeni nicht. Das sind die erst drei. Nikaido reiht sich. Ein. Und jetzt kommt einer, der zum Verliererkreis des Tages gehören dürfte. Es sei denn, er steigert sich nochmal. So wie in Oberstdorf, nämlich der Slowene Lodokosten. Der ja dort auch diese neuen Plätze nach vorne sprang. Noch auf den vierten. Das Kunststück braucht er heute auch, um das, was an Boden verloren gegangen ist. Sie sehen es auf Platz sieben zurückgerutscht, in der Gesamtwertung wieder gut zu machen. Also das kann, wissen wir. Der da hier ein bisschen zuckt, ist schlecht. Und er kommt auch nur knapp an die Reimund-Linie dran. Nicht der Angriff nach ganz vorne. Nein. Den können wir wahrscheinlich jetzt auch schon ein bisschen aussortieren. Was vordere Plätze in der Gesamtwertung betrifft. Im Normalfall jedenfalls. Ja, im Normalfall wird er Punkte verlieren, weil auch in der Phase wieder muss er korrigieren. Er muss dann einmal auf den Ski drücken, damit er in die richtige Position kommt. Und das ist genau das, was anders ist als in Oberstdorf, wo er so wunderschön drunter reingesegelt ist. Gucken wir mal. Auch nicht an Reimund vorbeigekommen. Knapp, aber egal. Reimund bleibt vorne. Der Strahlemann schon des letzten Winters, der so viel frischen Wind in den ganzen. Betrieb beim Deutschen Skiverband gebracht hat, was die Sparte Skispringen betrifft. Weiter geht es mit Peter Breuts. Wenn Sie gestern schon zugeschaut haben, dann haben Sie mich bekommen, dass er gestern beauftragt wurde von seiner Schwester, Nika, die hier ja den Weltcup gewonnen hatte, ihre verlorengegangene Brille zu suchen, die Skisprungbrille. Er hat sie nicht gefunden. Er musste eine neue besorgen. Die muss dann jetzt gleich in Oberstdorf mit einem Ersatzmaterial ran. Aber das war ein guter Sprung von ihm. Wie er es selber sagt, einmal so, einmal so, noch nicht stabil. Ja, ja. 133,5 Meter. Geht auch bei leichten Brückenwind jetzt wieder recht weit. Ja, sogar ein bisschen mehr von der Luke. Wirklich super Sprung. Wenn er stabil in die Flugposition kommt, dann kann er uns sein Können zeigen. Kommt auch gut zur Landung. Keine Probleme da. Und das ist die Führung. Ach, du, Frau Gerzigmund, der da unten steht, sagt mir gerade, die Eltern Preots haben die Brille doch mitgenommen. Also sie ist versorgt, die kleine Schwester, die so stark gesprungen ist, wie in der Preots-Familie durchgehend. Zuletzt eigentlich gar keiner. Das ist ja auch ein Sonderfall, dass da vier skispringende Kinder, drei Jungs, ein Mädel groß rausgekommen ist in diesem Sport. Weiter geht es hier mit Karl Geiger, der den Zugang diesmal zu dieser Schanze nicht gefunden hat. Oder wie sagte sein Zimmerkumpel Markus Eisenbichter, der ja bei dieser Tournee fehlt immer, die Schanze spricht nicht mit mir. Das scheint auch in diesem Fall hier bei Karl Geiger zugetroffen zu haben. Die Station Garmisch muss er abhaken. Die war nix. 130 Meter. Leider nein. Das ist die Phase mit der Kompression, wo er es nicht ganz schafft. Der erste Sprung war wirklich ein Schritt vorwärts. Jetzt leider nicht nochmal, was den nächsten Schritt machen können, um hier richtig abheben zu können mit seinen langen Beinen und sich sozusagen in den zweiten Stock emporzuheben und dann in Segeln zu kommen. Und dann sieht man auch, hier muss er in der Luft relativ viel ausgleichen. Das ist das Zeichen dafür, dass es eben nicht selbstverständlich und nicht von alleine geht. Und guck mal da, der Zwellinger, interessierter Beobachter des Geschehens von da oben. Ja, natürlich. Du schaust immer, was deine Teamkollegen machen. Schaust du auch, was deine Gegner machen? Wenn du die Zeit dafür noch hättest, ja. Aber meistens, die springen ja dann sehr in deinem Umkreis und da bist du eigentlich dann schon am Direktherrichten und dafür keine Augen mehr. Michael Heiberg als Zwölfter nach dem ersten Durchgang sicherlich auch ein bisschen enttäuscht. Heute hat er sich mehr versprochen, nachdem er gestern auf dieser Schranse endlich mal gut zurechtgekommen war. So wie jetzt hier. Und da auch wieder dieser Landefehler. Also Leute im hohen Landebereich, da in der zweiten roten Liniengegend, da musst du höllisch aufpassen. Das kriegen die doch bestimmt auch jetzt da oben mitgeteilt. Oder Sie wissen es natürlich schon aus dem ersten Durchgang. 141 Meter für Heiberg. Zwei beste Weite des Tages. Vielleicht bekommen wir eine gute Perspektive zur Landung, weil es ist aufpassen und aber gleichzeitig auch Glück. Super Sprung. Schön direkt in die Richtung erkannt ist, weil er sich hier eh Zeit lässt. Eigentlich klassischerweise immer. und fliegt wunderschön hier rein. Und in dem Bereich, da sind halt jetzt wirklich auch schon Rillen im Auslauf. Und wenn du da eine erwischt, dann wird der Ski, der bei den Skispringern, man sieht es auch, wie er schlägt, da hast du keine Stahlkanten oder irgendwas, mit denen du steuern kannst, sondern das ist einfach viel Belag und ein paar Rillen, die dir in der Führung ein kleines bisschen helfen. Und da muss auch Andreas Wethölzl, Cheftrainer bei den Österreichern, dann durchatmen. Aber trotz der Abzüge für diese Landung reicht die Weite dann, um den Peter Breos vorne abzulösen. Für Michael Heiberg. Und dann wird Pius Paschke jetzt gleich die zweite Zehnergruppe. Das ist immerhin drei Zehnergruppen aufgeteilt. Der zweite Durchgang abschließen. Der Mann, der... Wir haben da kurz Christian Neureuther gesehen. Ich glaube, ja. Pius Paschke jetzt also mit... dem Versuch sein Ziel, seine beste Vier-Schanzen-Tournee überhaupt zu springen, näher zu kommen. 20. Ja, ja. Das soll er doch schaffen. Jawohl. Starker Sprung mit einer super Landung. Das muss man hier unterstreichen, dass ihm die so sicher da unten gelingt. Sehr, sehr gut. 135,5 Meter zum zweiten Mal am heutigen Tag. Anständige Bedingungen gehabt, aber trotzdem beim Pius. Er ist nicht ganz, ganz vorne unterwegs, aber in den Momenten, wo es vielleicht auch mal ein bisschen schwieriger geht, wie man es bei ihm auch im Training und so gesehen hat, und an der Geschwindigkeit. Super gemacht, da dran zu bleiben, weil auch für ihn geht es darum, eine tolle Tournee zu springen. Macht zwei wirklich starke Sprünge. Wie gesagt, Geschwindigkeit kann man dann auch nicht immer zu 100 Prozent beeinflussen. Da ist viel Automatismus. Aber er hat seinen Job heute wirklich gemacht. Ja, mit zwei wirklich starken Sprüngen. Und er hat ja so ein bisschen eine kleine Formdelle nach den Erfolgen in Engelberg in Oersdorf erlebt. Ist jetzt dritter Heiberg vor Peter Preutz. Philipp Reimond ist auf Platz vier und wird uns jetzt sicherlich schwungvoll erzählen, bei Andreas Bürten, wie der Tag so gelaufen ist. Ja, wie ist der Tag so gelaufen, fragt Stefan Bier im Ersten noch artistisch, akrobatisch gerettet, ein bisschen geärgert. Jetzt umso schöner, dieser tolle Satz auf 139. Definitiv, ja. Der Erste hat mich brutal gestört. Die Landung war echt schlecht. Ich habe sie noch brutal gut gerettet, muss ich sagen. Aber letztendlich, ja, das sind mir jetzt halt sechs, sieben Punkte, die mir fehlen. Wenn ich jetzt die Liste anschaue, hätte es trotzdem nicht gereicht, dass ich jetzt noch drinnen in der Führung stehen würde. Aber trotzdem, mit dem zweiten bin ich mehr als zufrieden und das war ein guter Start in zwei Jahren. Sie kommen ja vom Schiebclub Oberstdorf und haben da das Publikum gelobt. Kann das Publikum hier in Garmisch mithalten? Ja, definitiv. Also generell, die Schanzen sind es lange immer super gewesen. Die Stimmung ist überall geil. Also ich muss sagen, es ist jedes Mal wie ein Fest, egal ob Garmisch oder Oberstdorf. Ich bin einfach froh, dabei sein zu können. Herzlichen Dank. So sieht es aus, im Moment ist er vierter, Heiberg führt, Paschke dritter. Das zwischen dem Ergebnis und jetzt nähern wir uns hier der Entscheidung. Nur noch zehn sind oben. Mit Andreas Wellinger als Viertplatzierter nach dem ersten Durchgang. Was für Bilder von diesen Zuschauern. Und Stefan Leier, den dürfen wir nicht vergessen, als Siebter hier noch eine wirklich starke Rolle gespielt hat. So, jetzt kommen Sie noch mal vorgestellt. Kremians Aigner da am Anfang ist der Einzige aus der Verliererliste, der sich da noch so weit vorne mitgehalten hat. Alle anderen sind souverän mit zehn Aigner. Und alle eigentlich innerhalb von zehn Punkten. Ja, das wird spannend und knapp. Der Ballkraft ist in der Gesamtwertung ein bisschen zurückgefallen. Siebeneinhalb Meter hinter Wellinger. Der wird sicherlich noch ein paar Punkte brauchen. Wellinger ganz knapp noch vor. Kobayashi eben der Tourneewertung. Lanišek, Tagessieg-Favorit in lauer Stellung. Und dann der wirklich gut aufgelegte Jan Hörl, der nur einen Weltkamp-Sieg bisher hat. Er hat viel mehr, Ryuyo Kobayashi. Wie geht er das gleich an? Diesen Sprung, was meinst du? Geht er, wie man das beim Pokern sagt, All-in, was dann auch zu All-out führen könnte? Glaube ich nicht. Ich glaube, da bleibt man beim technischen Konzept. Und hat sich wahrscheinlich auch den ersten Durchgang noch mal entweder selber angeguckt oder hat vom Trainer Feedback bekommen. Und dann bleibt man dabei, daran zu arbeiten. Kelehmens Aigner steht vor einem seiner besten Resultate bei einer Fischhansenturne. Es ist seine neunte. Aber er hat ja nie so richtig den Durchbruch ins Feldcup geschehen bei den Österreichern. Geschafft. Aber jetzt schafft er zwei gute Sprünge. Auch hier rutscht der linke Ski weg. Das dürfte seine Verärgerung hervorgerufen haben. Denn auch das wird von den Buntrich dann wieder mit einem Tastendruck quittiert. Das bedeutet Punktabzug. 133 Meter. Ja, natürlich. Und das ist jetzt gerade echt eng vorne. Er hat die grüne Linie natürlich auch gesehen. Weiß, ah, ein bisschen, also er hat wirklich sowieso einen eigenen Absprungsstil. das war wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel aufrecht am Schanzentisch. Aber dann, das ist gerade noch besonders ärgerlich, weil du springst nah an die grüne Linie heran. Weißt, naja, vielleicht nicht ganz für die Führung, aber du bist in guter Lage und könntest dich gut positionieren. Und dann tut die Landung Doppelbehen. Ist auch auf Platz 4 zurückgefallen. Hinter Pius Paschke, Heiberg bis vorne. Philipp Reimuth ist knapp hinter ihm. Ein Österreicher macht es sich da schon mal ein bisschen bequemer. Aber ob er da noch lange stehen darf, müssen wir mal gucken. Denn jetzt kommt erst mal Marius Littwig. Und der hat hier in Wärmischbritt-Batenkirchen schon so einiges erlebt. Seinen ersten Weltcup-Sieb, habe ich schon gesagt. Im nächsten Jahr ist er disqualifiziert worden. Weil der Anzug nicht passte. Schwieriger Wind jetzt. Segelt aber Richtung Grün. Knapp zwischen ihm und Heiberg. Wenigstens einer aus dem sonst so starken, in der Vergangenheit so starken norwegischen Team zeigt sich hier wieder. Mit 133 Metern. Ja, vom Einsatz und von der Überzeugung war jetzt das der All-In-Sprung. Aus der Position auch ein bisschen einfacher. Hier wahnsinnig versucht, viel Energie reinzulegen. Flugposition ist eh gut bei ihm. Geschwindigkeit passt bei ihm auch aus dem norwegischen Team als Einziger eigentlich. Er ist Erster. Geht in Führung. 1,9 Punkte vor. Haiböck-Granerüth wieder ausgeschieden. Auch der Rest im Mittelfeld. Und schwach. Norwegen taumelt zurzeit durch die Saison. Aber er macht natürlich jetzt zum Beispiel gegenüber dem Lovropos deutlich Punkte gut. Das ist richtig. Aber ob ihn das entscheidend noch mal ins Podest geschehen bringt, ist dann bei Halbzeit noch ein bisschen schwieriger bei den Punktabständen. Nach vier Sprüngen, die der Norweger jetzt schon in der Wertung stehen. Timi Seitz ist dran. Hat er eine Chance jetzt bei Rückenwind. Vorhin war es ja gut für ihn. Das waren seine Bedingungen. Jetzt muss man ihm prognostizieren, dass es sehr viel schwieriger wird. Er sollte jetzt auf jeden Fall nicht auf den ersten Sprung denken. Jetzt muss ich aggressiver springen. Aber wie du vorhin ja sagtest, das weiß er ja nicht. Eben deswegen sollte er einfach dasselbe machen. Es ist aber leider aggressiver, vielleicht nicht, aber aggressiv übrigens im Zusammenhang bedeutet nicht, diese Skispringer sind alle friedlich. Es ist die Art zu springen, das, wie soll ich sagen, risikobereite. Genau, das risikobereite, wie schnell man sich in die Fluglage katapultieren will. Und bei ihm hier jetzt die Ski schneller zu öffnen, in der Hoffnung, dass man schneller in die Fluglage kommt und schneller zwischen die Ski sich legen kann, das wäre bei diesen Bedingungen jetzt besser gewesen, wenn er das vermieden hätte und wenn er eher versucht hätte, die Luftpolster unter sich zu fangen. Das bisschen, was das Grund zu fangen gewesen wäre. Jedenfalls der Rückenwind nimmt jetzt leider wieder zu. Als nächster ist Stefan Leier dran. Wie kann der damit zurechtkommen? Ist das einer, dem solche Bedingungen zu pass kommen könnten? Sein Sprung. Lindwig weiter vorne. Wenn ein Sprung aus dem ersten Durchgang wiederholt, dann ja. Okay, das ist eine Ansage. Und er braucht ja auch mal wieder ein gutes Ergebnis in Oberstdorf Nummer 24. Aber sie sind wieder da, die Fans. Und das ist so wichtig, die Unterstützung von außen. Der Wind ist unwesentlich besser geworden. Er braucht 130 Meter für die Führung. Gutes Tempo wieder. Sehr schön schnell, aber da wird er zu flach. Da zieht ihn der Hang geradezu an, magnetisch. Ja, die Bewegung vom Trainer zeigt es an, das war ein kleines bisschen zu viel. Zu viel was? Zu viel Aggressivität für den Moment. Im ersten Moment hat er es wirklich gut hinbekommen, dass erst der Abdruck, erst die Kraft aus den Beinen und dann fliegen wollen. Und jetzt ist von hier dann relativ schnell den Körper nach vorne legen, zwischen die Ski. Und dann ist es hier in Garmisch-Partenkirchen einfach so, dass du eigentlich die Flugkurve unterschneidest. Und dann kommen die Bedingungen noch dazu und dann wird es doppelt schwierig. Das wird ihn zurückwerfen auf Platz 7 im Moment. Wird wahrscheinlich dann auch nicht mehr in den Top 10 sein. Schade für Stefan Leih und Marius Lindwig. Bleibt da vorne. Und jetzt heißt es wieder gleich Daumen drücken für Österreich. Ganz wichtiger Moment. Der vierte Sprung von Stefan Kraft. Kann er seine noch relativ guten Aussichten in der Gesamtwertung aufrechterhalten? Dann braucht er jetzt schon fast diese 130 Meter für die zwischenzeitliche Führung. Aber er braucht vielleicht noch weitere Meter, um die Punkte zu holen. Hier geht er zunächst mal in Führung und er ist zufrieden. Er kann auch auf jeden Fall mit der Platzierung zufrieden sein. Das wird eine von den besseren in den letzten Jahren hier. Und das ist gut für ihn bei der Vorgeschichte, die ihn mit dieser Schanze verbindet, 132 Meter. Er ist mega intelligent gemacht, muss man jetzt sagen. Aggressiv im Absprung, aber dann sofort hier in der Phase. Man sieht es gleich, die Hände so ein bisschen weiter hingenommen, lässt ein bisschen Luft unter den Körper rein, weil er weiß, okay, ansonsten bin ich zu aggressiv und unterschneide. Das war jetzt tatsächlich so eine ganz leichte Mini-Adaption in seinem Sprungstil auf die Schanze. Das kann sehr wertvoll gewesen sein. Auf jeden Fall. Diese Klippe, diese Hürde, die Neujahrsschanze in Garmisch-Partenkirchen, hat er gut gemeistert in diesem Jahr, ausnahmsweise mal. Er ist vorne. Vor Mario Sinnwig. Nicht so viel mehr Punkte geholt wie der Norweger. Darum geht es ja dann. als die Gesamtwertung. Die Gesamtwertung, die Sie da immer sehen. Und es ging für ihn nicht darum, hier zu gewinnen, aber möglichst wenig zu verlieren. So sieht es aus. Das hängt natürlich gleich dann auch ab von Andreas Wellinger und Riojo Kuba-Jasche, die in der Gesamtwertung vor ihm liegen. Manuel Fettner ist der Nächste. Die Österreicher ziemlich stark mannschaftlich in diesem Wettbewerb. Und Fettner, der Beste von Ihnen nach, Jan Hörl, den wir auch noch gleich sehen, hat jetzt insgesamt schon acht gute Sprünge nacheinander hingelegt. Wenn er das hier komplettiert mit dem neunten, und das sieht so aus, dann ist der Vorderbay! Das ist ja unglaublich. 38 Jahre auch schon als seine 25. Vierschanzen-Tournee. Und dann zaubert er hier einen wunderbaren Wettkampf runter. 138 Meter. Der wirkliche Ansage jetzt von ihm. Sein Absprung ist ja nicht immer stabil, aber hier kommt er supergut in die Fluglage. Und da geht er gleich mal deutlich über die grüne Linie. Wieder eine anständige Landung. Zweimal ihm heute gelungen. Und das kann tatsächlich auch ein Angriff aufs Podest sein. Vielleicht hat er dem Stefan Kraft ja ein bisschen Nachhilfe gegeben. Hier wieder, wie man springt in Garmisch-Badenkirchen. Er führt jetzt Fettner vor Kraft und lehnt Weg aber jetzt, liebe Leute. Jetzt nochmal volle Konzentration auf die nächsten 40, 50 Sekunden. Die Zuschauer sind da, Andreas Wellinger. ist dran. Der sollte es jetzt nochmal runterbringen. Form vollendet, so wie er das kann. Inklusive Landung. Dann ist in der Gesamtwertung weiter alles möglich. Und vielleicht kommt von ihm ja jetzt der Angriff auf den Tagessieg. auch noch, aber er muss sehr weit runter springen. An die 138 Meter ran. Tempo wieder gut. Höhe wieder da. Schön, stabile Position. Ja! Super Sprung wieder von Andreas Wellinger. Großartig. Auch Station Nummer zwei, brillant gelöst. 137,5 Meter ungefähr da, wo er hin musste, um jetzt in Führung zu gehen. Oh ja, und das sind auf den Kraft. Die hat schon mal einige Punkte. Super nervenstark. Ganz offensichtlich. Und hier kommt er. Wieder eine super tolle Landung auch. Ein kleines bisschen knapp gewesen, aber gut, die Anspannung ist hoch. Landung super. Tolle Noten. Das wird gute Punkte geben. Ja, die Haltungsnoten sind schon mal sehr gut. Da ist er da, wo er eben auch war. In der Gegend 58 Punkte von 60 möglichen. Weite Klasse. Bisschen Windbonus hat er bekommen noch. Ja, stark. Starker Auftritt. Es ist ja auch 22 Jahre seit dem letzten Neujahrssieg eines deutschen Skispringers her. Ja, das... Sowieso den beiden Punkten hält er noch seine Chancen aufrecht. Denn er geht rüber über den Wert von Manuel Vettner, Andreas Wellinger. Da wollte es die Fist ein bisschen spannender machen, als es eigentlich war. Ist da. Und jetzt hat er es hinter sich und die anderen müssen noch kommen. Laniszek, Hörl und am Ende Ryuyo Kobayashi, der hier schon mal gewonnen hat. Im Unterschied zu Andreas. Und da Andi auch mit guten Bedingungen durch beide Durchgänge gekommen, das ist halt leider auch eine Sache, die man bei der Fischanzentournee dazusagen muss, dass du das brauchst. Ja. Wohl wahr. Er hat 14,8 Punkte gewonnen im Vergleich zu Stefan Kraft. Das bedeutet, in der Gesamtwertung hat er den Österreicher noch weiter auf Distanz halten können. Jetzt Angel Aniszek. Uiuiui, weil der Wind nicht so gut ist. Das heißt, Andreas Wellinger könnte gleich auf den Putt. Das heißt, er hat die Schanze im Griff, der Slowene hier. Mann hat er diese Schanze im Griff. Das heißt, er hat die Schanze im Griff, fantastischer Sprung. Richtig, richtig stark. Ja, und der Robby Hirgotta ist trotzdem not amused, würde man wahrscheinlich sagen, über das, was auf dem Computer steht. Mit plus 10,3 Punkten. Schlechteste Windbedingung. 137 Meter. Müsste die Führung bedeuten. Ja, ja. Er bekommt auch gut, ja gut, einmal bekommt er die 17,5. Da schauen wir uns mal an, warum er die bekommt. Weil jemand nicht richtig hingeguckt hat, würde ich sagen. Ja, super Sprung. Richtig schön langer, geduldiger Absprung. Ganz flüssig, super Flugposition. Ja, für ihn ist es, ist Oberstdorf wirklich eigentlich ein bisschen tragisch. Ja gut, hier minimal, fährt ihm der Ski einmal los. Aber, Entschuldigung, aber das ist keine 17,5. Wie. Das würde ich auch sagen, wenn ich das kleine Handblut für das Punktrichter-Restaurate ziehe. Anzei Lanišek hat die Qualifikation gestern gewonnen, hat sich befreit von der Last. Das Oberstdorfer Schanzen-Dilemmas, das ihn begleitet. Und geht jetzt in Führung und ist damit hier beim Neujahr springen. Sicher auf dem Podest, da hinten noch zwei kommen. Jan Hörn und Ryoyo Kubayashi. Zunächst der Bischofshofner, der hier aber heute so stark aussieht, dass man ihm durchaus zutrauen kann, auch wenn er noch nicht so oft in so einer Situation war, hat einen Weltcup-Sieg bislang geholt. Dass er sich hier doch behaupten könnte. Ja, wir sehen jetzt viel Bilder von unten. Ja, der Rücken wird dazu genommen, es ist rot. Kleine Wartepause wieder ungünstig. Der sitzt schon da, 20 Sekunden lang. Und jetzt kriegt er das Problem mit seiner schnellkräftigen Muskulatur, die er ja braucht. Die braucht man nur für diese 13 Sekunden im Prinzip. Das ist die Schlüsselstelle jedes Skisprungsfamilie ist da. Nur grün ist noch nicht. Starker Rücken wird jetzt. Jetzt darf Ronny nicht was machen. Nee, das wird es jetzt hoffentlich auch nicht. Doch, das gibt es noch nicht. Er kriegt grün. Was für ein Pech. 136 Meter braucht er. Wackelt ein bisschen. Ja, das wird sich nicht ausgehen für ihn. Schade. Schade. Und das hat auch mit den äußeren Einflüssen jetzt zu tun gehabt. Aber der Sprung, das wirst du besser gesehen haben, hatte auch ein paar Dicken. Ja, der Sprung war nicht perfekt, aber trotzdem. Und damit ist Andreas Wellinger auf dem Podest. Es ist das Podest für einen Andi, aber ich war selber Sportler und in so einer Situation muss man dann nicht grün geben, auch wenn es vielleicht gerade so im Korridor ist, sondern da kann man auch noch kurz warten, weil schon lange gesessen ist auch nicht das Einfachste. Die Schuhe sind eingeschnürt. Und dann, ja, er ist nicht ganz sauber vom Abdruck, kommt nicht sofort das System, aber er hat halt in dieser ersten Phase auch gar keine Rückmeldung. Da fehlen ihm ein, zwei, drei Meter mal mindestens. Entsprechende Reaktion bei Andreas Wietholzl und Daniel Ciovenic aus dem gleichen Rennstall wie Wellinger und Kobayashi. Ja, das ist echt ein Jammer, dass es ihn jetzt hier erwischt hat. Einen haben wir noch, unseren Freund aus Japan. Andreas Wellinger jetzt zweiter, also mindestens dritter. Gesamtwertung, jetzt kommt es zum Vergleich mit Ryo Yoko Bayashi. Sie waren ja fast gleich auf. Der Japaner muss sich ein bisschen sputen, hat jetzt aber bessere Bedingungen. Der letzte Mann hier beim Neujahr springt 2024. Wir werden gleich wissen, wie weit er springen muss, um Lani Shetford abzulösen. 144 Meter Schanzenrekord. Da kann auch was nicht stimmen, wenn der Schanzenrekord springen muss, um zu gewinnen. Das ist ja der gefährliche Bereich. Aber jetzt kommt der Aufwind dazu. Jetzt wird sogar noch mehr, 145. Oh wei. Dann kommt er in diesen Bereich, wo dann auch die Landung immer schwerer wird. Das ist ja schon schwer genug heute. 146, das kann nicht sein. Entsprechend die rot eingefärbten Markierungen. Das müsste jetzt eigentlich zu einer Pause führen. Die 2-Beat-Weite wird dann auch, ob irgendwann wird sie, wenn es ganz unrealistisch wird, auch mal ausgeblendet. Aus Scham. Jetzt haben wir in allen Bereichen konstanten Aufwind zwischen 0,7 und 1,7 Meter. Das könnt ihr nicht machen. Jawohl, 60 Sekunden, toll. Und rot ist das sowieso. Aber er hat noch Zeit zu lächeln. Er nimmt es mit Humor. Ja, scheinbar jedenfalls. Es ist ja immer schwierig, da so genau Bescheid zu wissen, wie es ihm vorgeht. Er hat auf jeden Fall einen unschätzbaren Vorteil, der Ryojo Kobayashi. Er hat hier nicht so viel Druck auszuhalten von dem Drumherum wie seine österreichischen und deutschen Kollegen. Das ist mal ganz klar. Ja, das stimmt allerdings. Er hat aber auch einen klaren Nachteil. Es gibt im alten Raum große Schwierigkeiten, ein vernünftiges Sushi-Restaurant zu finden. Die Ernährung ist bei ihm tatsächlich immer mal wieder Thema gewesen. Es ist bei allen Japanern, wenn man sich mit ihnen unterhält. Es ist natürlich, du bist von zu Hause was ganz anderes gewohnt. Und gerade dann, wenn du jetzt sag ich mal im Hotel, Buffet und sonst was, dann fällt es da schon ein bisschen schwieriger, dass du was findest, mit dem du was anfangen kannst. Und generell Wohlbefinden hat ja auch ganz viel mit Essen zu tun. Ja, und wenn die alpenländische Hausmannskost schwer verdaulich vorkommt, der hat so seine Probleme hier in der Gegend, wenn er aus Japan kommt. Der Leader in der Gesamtwertung, noch ist das ja, hat Zeit Autogramme zu schreiben. Ancel Anishek ist der Leader des Tages und Sie alle warten noch darauf, wie sich Ihre Position eventuell dann ändert, wenn der Kobayashi jetzt bei viel auf wird, eventuell noch hier einen Granatensprung rauslässt, der alles andere in den Schatten stellt. Das ist ihm ja zuzutrauen. Natürlich, die japanische Fahne ist da. Bisschen einsam, aber sie ist da. Rückenwind. Und jetzt hat er grün. Sofort. 140 Meter für den ersten Platz hier. Ryoyu Kobayashi. Das wird knapp, aber es sollte nicht reichen für Lani Schenko und er ist ungefähr, der Gegend von Andreas Wellinger dann vielleicht zu finden und dann könnte der Slowenien den Neujahrssieg sicher haben. Die Gratulation kommt jedenfalls schon mal von Andreas Wellinger. 135,5 Meter nur. Das ist schon vor den Metern ein bisschen zu wenig. Ryoyu Kobayashi hat vielleicht diese lange Wartezeit doch nicht so richtig verkraften können. Ja, Sprung hatte nicht die Qualität von seinem ersten Durchgang. Aber jetzt schauen wir erst mal, was da... Wie gesagt, auch eine superschwierige Situation natürlich jetzt. Man sieht es, dass er hier ein bisschen aufrechter anfängt und dann hier geht es dann ein bisschen zwischen die Ski und dann kommt der Ski erst zum Körper und dann, wenn es umschwenkt in die Flugposition, da geht der Ski eher wieder ein bisschen auf Abstand natürlich dann auch zusammen mit den Bedingungen. Hier hat man es kurz gesehen. und dann geht es nicht ganz so flüssig durch. Er kriegt 7,5 Witt-Bonuspunkte. Mehr als Wellinger. Deutlich mehr als Wellinger. Auch deutlich mehr als Lani Schick. Da hatte 0. Sie waren eng beieinander. 10,3. Sorry, ja, 10,3. Ja, knapp ist es sowieso. Genau. Also gut, der blaue Balken. Bitteschön. Andrzej Lani Schick ist der Neujahrssieger 2024. Kobayashi ist Zweiter. Und zwar, wie viel vor Wellinger? Ich glaube, er hat die 9. Zettel rausgeholt. Ja, in der Gesamtwertung. Andi Wellinger bleibt vorne. Wellinger bleibt vorne. Auf Rang 3 hier beim Neujahrsspringen mit zwei starken Sprüngen. Aber Lani Schick, das hat sich ja gestern schon angedeutet, hier in der Qualifikation, hat hier wirklich unglaublich gute Sprünge gezeigt, ein gutes Fluggefühl entwickeln können nach dieser kleinen Enttäuschung für ihn von Oberstdorf. Andreas Wellinger bleibt in der Gesamtwertung. Ich nehme es mal schon vorweg. Vorne 1,8 Punkte vor Yuyo Kobayashi, wenn das hier stimmt, das Ergebnis, das ich habe. Und die 25 Punkte vor Stefan Kraft. Da haben die beiden ihren Vorsprung ausgeholt. Ja, Ansel Lani Seck, Hut ab vor dieser Leistung. Keine einfachen Bedingungen gehabt. Die Schanze richtig im Griff gehabt und wirklich eine absolute Top-Leistung angeboten. Hier verdient der Sieger. Und dahinter wird es richtig spannend jetzt. Aber, man muss es dazu sagen, Andi Wellinger nimmt nach Innsbruck einen Vorsprung mit, auch wenn es nur ein kleiner ist. Aber das kann was wert sein. Entschuldige, Severin, wir hören uns mal an, was der Bundestrainer dazu sagt. Susanne Simon, Entschuldigung, ist dran. Ja, Stefan Horngacher, Glückwunsch. Ein ganz tolles Ergebnis. So kann es ja eigentlich losgehen, oder? Also, man kann sagen, alles gut geklappt, wie Sie sich das erträumt haben. Ja, absolut. Also, Andi Wellinger heute super gesprungen, super gelandet, muss ich sagen. Das war eigentlich das Wichtigste hier, dass er nicht so struggelt wie gestern. Das könnte auch mal blöd ausgehen. Hat er echt super gelöst. Die Sprünge waren auf sehr hohem Niveau. Bin ich sehr zufrieden mit dem dritten Platz. Wir haben wieder einen Podestplatz. Müssen wir sehr so nehmen. Natürlich könnte man auch gewinnen. Aber heute war der Herr Lani Seck besser. Auf den verkünden wir es. Er ist auch in der Quali schon sehr gut gesprungen. Auch Kobayashi wieder mit vorne dabei. Das ist ein ganz enges Rennen. Und ja, bleibt spannend. Wie wird das jetzt in Innsbruck? Was glauben Sie, wie sehen da die Chancen aus, den Vorsprung zu halten? Ja, der Vorsprung ist so minimaler. Ich glaube, es wäre ein Duell. Wir haben bis zum letzten Sprung in Bischofshofen. Und Innsbruck ist noch mehr Zwischenstation. Und wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir gut rein starten in Innsbruck, dass wir hier im Training gleich mal mit dabei sind, dass wir keine großen Fehler machen. Und dann haben wir eine Chance, auch das Ding zu gewinnen. Alles Gute dafür. Dankeschön. So viel also vom Bundestrainer. Meine Seite hier ist noch ein bisschen leer, aber ich habe Severin Freund da hinten schon aus der Kommentatorenkabine sprinten sehen. Wir können die Zeit, bis er da ist, ein bisschen nutzen, um noch einmal auf diesen Sprung von einem sehr, sehr nervenstarken und starken Andreas Wellinger zu schauen, der hier auf Rang 3 bei diesem Neujahrsspringen springt. Und das ist ja das Schöne und am Ende auch das Entscheidende in der Gesamtwertung vorne bleibt. Auch wenn Ryoyo Kobayashi den Abstand ein bisschen verringert und ein bisschen aufholt. Aber Severin ist bei mir schön, dass du es geschafft hast. Ich habe gerade gesagt, das Entscheidende ist, Andreas Wellinger bleibt vorne unterm Strich, das zählt heute. Ja, auf alle Fälle. Natürlich ist der Abstand minimal, aber für mich zählt trotzdem, dass er in der Position ist, ganz vorne nach Innsbruck zu fahren, weil er hat einen super Job gemacht heute, auch wenn es nicht für ganz vorne gereicht hat, aber viel wert. Du bist so schnell gerannt, um bei mir zu sein. Ich lasse dich jetzt noch einmal kurz Luft holen. Wir haben ja bei Andreas Wellinger darüber geredet, dass die Landung das Problem ist. Das hat heute einwandfrei geklappt. Ja, ich habe es jetzt nicht ganz überblickt, aber meiner Meinung nach hat er heute die Top-Moten vom ganzen Feld bekommen. Da würde ich mal sagen, war genau richtig gearbeitet. Wir warten noch ein bisschen, bis wir Andreas Wellinger natürlich dann auch im O-Ton haben, im Interview haben bei Andreas Kürten und wissen, wie er selber seinen Sprung einschätzt. Da sehen wir die drei aufgereiht, die sich jetzt feiern lassen können. Andreas Wellinger ganz rechts in der gelben Jacke. Ja, Hansi Lanisek verdient. Es wirkt ein bisschen, als wäre er ein bisschen emotional ergriffen, was bei der Kulisse ehrlich gesagt auch kein großes Wunder wäre. Nee, und wie gesagt, er hat ja wirklich einen schwierigen Tag wieder in Oberstdorf gehabt. Und deswegen für den Ansel freut es mich wirklich, weil er war gestern wahnsinnig stark. Er hat heute einen absoluten Top-Wettkampf gezeigt, wo du sagen kannst, da hat alles gepasst. Und dann ist es auch der verdiente Sieger. Jetzt ist es ja so, und das ist ja auch das, was diese Vier-Schanzen-Tournee so besonders macht. Man hat gar nicht lange Zeit, um das zu verarbeiten und um sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen. Es geht direkt weiter. Direkt gleich, wenn hier das Springen dann komplett durch ist, fährt der Skitross weiter nach Innsbruck. Wir können ein bisschen schon mal vorausschauen in Innsbruck. Und die Schanzen in Innsbruck, Bergisel, hat nicht umsonst den Spitznamen Schicksalsberg. Was verbirgt sich dahinter? Ja, am Bergisel ist schon viel passiert. Es kann in die eine Richtung viel gehen, es kann aber auch in die andere Richtung viel gehen. Schanze oben auf dem Hügel. Und deswegen... Ich falle dir jetzt ein bisschen ins Wort, Silverin, denn wir wollen ihn hören. Andreas Wellinger ist beim Interview. Ja, er ist da. Erst mal herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz hier beim Neujahrsspringen. Es war wirklich ein spektakulärer Wettkampf. Nervenstärke von Ihnen heute das Stichwort? Ja, ich würde sagen, es ist mir wieder gelungen, dass ich zwei gute Sprünge mache. Es war vom Probe her zum Wettkampf ein Schritt. Der zweite war nun mal ein Stück besser. Ich habe mir tatsächlich im ersten Moment sogar gedacht, dass er noch ein Stück weiter geht. Aber entscheidend war vor allem heute auch das gedankliche Skifahren am Gutiberg, was von gestern noch viel besser geworden ist. Für Ryojo Kobayashi war es auch nicht einfach. Sie sind noch vorne in der Gesamtwertung. 1,8 Punkte. Mit welchen Gefühlen geht es jetzt nach Österreich? Ja, mit extrem guten Gefühlen. Die Punktzahl, die steht ja irgendwo am Papier. Wichtig ist, dass ich so Skispringen. Das ist mir heute wieder gelungen. Es war ein sehr, sehr guter Start ins neue Jahr. Ich freue mich auf Winnsbruck und Behofen. Ich hoffe, dass wir faire Wettkämpfe haben, dass dann wirklich der beste Skispringer gewinnt. Und von dem her würde ich sagen, Ausgangsposition ist sehr gut. Weitermachen. Dankeschön. Zurück zu Severin und Lena.